Teddy-Tittau Hi Leute, ich bin's wieder Heute mit vielen Blähungen Tut mir echt leid Das ist echt schlimm Ihr wisst nicht, wie das Leben weg Teddies Das ist so schmerzhaft Ich muss die ganze Zeit furzen Mann, ich glaube, ich gehe lieber kacken Oh Mann, tat das gut Wow, ich glaube, ich kann heute nicht so viel sagen Auf jeden Fall, schreibt in die Kommentare, was wir besser machen können Gebt uns Like, also positive Bewertungen Und schaut auch für neue Videos Also, macht's gut, bis nächstes Mal Euer Teddy